Sofakusch.de Das Hamburger war Blatt Mopo, hat es halt in der Online-Ausgabe so aufgemacht, als wäre es dann hier irgendwie Schlägerei bei Bremen. Es ist halt genauso aufgemacht, als ob sie da irgendwie Werder Bremen dissen wollen. Und dann klicke ich rein und das ist so eine Nullmeldung von irgendwie einem Geschubse bei einem Landesligaspiel oder so. Sehr schön. Ja. So sind die Hamburger. Absolut. Herzlich willkommen zu Geschichte Ungenügend, dem heiteren zweiwöchentlichen Geschichtspodcast mit meinem Dauergast, dem unabsteigbaren, dem unnachahmlichen und dem unersetzlichen Abel Xavier Unsinn. Hallo. Schönen guten Abend nach Hamburg. Schönen guten Abend in die Welt. Hallo nach Bremen von mir, Janni Imhoff. Ja, was wir hier alle zwei Wochen machen, ist ein heiterer Geschichtspodcast, bei dem ich irgendeine Episode aus der Weltgeschichte vorbereite. Irgendwelche vergessenen Personen, weirde Ereignisse. Das kann alles Mögliche sein. Und der Clou daran ist, dass Abel völlig unvorbereitet heute reinkommt. Nicht nur heute. Jedes Mal komme ich hier unvorbereitet rein und versuche, Janni ein bisschen von seiner Linie wegzuschubsen mit irgendwelchen schrägen Nachfragen oder wichtig-tourischen Erläuterungen. Ja, endlich gibt es mal zu. Und um mich zu revanchieren, dann versuche ich ihn erstmal ein bisschen mit irgendwelchen Popkultur-Anspielungen oder anderen Sachen auf die falsche Fährte zu locken. Und heute habe ich gar keinen so tollen Lockvogel, aber eine sehr schöne Geschichte. Denn wenn man bei Google anfängt zu tippen, Alternative für... Ach, da bekommt man einen ganz tollen Einblick. Zum Beispiel suchen Leute nach Alternative für Schmand. Sehr gut. Also es ist nicht die erste Stelle wahrscheinlich. Ich habe es jetzt nicht rübergecopy-pastet und konnte auch irgendwie kein Screenshot machen. Ich weiß nicht, was die Reihenfolge war. Aber mit dabei in diesem Dropdown-Menü in der Google-Suche war noch Alternative für Backpapier. Ja. Alternative für Frischhaltefolie. Das sind alle solche Lebenstipps. Ja, es war viel. Also Alternative für Schlagsahne und dann noch was aus dem Sportbereich. Alternative für Klimmzüge. Ach. Ja. Ja, weiß ich nicht. Boxen. Let Pulldowns. Und ja, natürlich auch die Alternative für Deutschland. Und diese Alternative für Schmand wurde von einer 18-köpfigen Gruppe am 06.02.2013 gegründet. Und der Name der neuen Partei, die sich aus liberalen, nationalen und konservativen Initiativen, Wählervereinigungen etc. zusammengesetzt hat, geht zurück auf eine Äußerung Angela Merkels, die sagte, dass die Rettung des Euros alternativlos sei. Aha. Verstehe. Wusste ich tatsächlich gar nicht. Passt ja insofern, weil ja diese Partei ja erst mal am Starte ja von diesem Typen, dessen Name ich gerade mir entfallen ist, die ja erst mal so eine Euro-D-Mark-Rettungspartei werden sollte. Genau. Prominent ist das Mitglied, beziehungsweise prominentester Funktionär, den, ich denke, den meinst du, der ehemalige IBM-Manager und ehemalige Präsident des Bundes Deutscher Industrieller, Hans-Olaf Henkel. Nee, den meinte ich nicht. Ich meinte schon diesen Parteichef, der dann irgendwann zurückgetreten ist. Ah, okay. Ja, soweit habe ich da nämlich auch. Ich habe noch nach irgendwas geguckt, was entfernt mit meiner Geschichte heute zu tun hat und habe kein Otto gefunden. Dann habe ich den Hans-Olaf genommen. Sehr gut. Sonst gibt es nicht viel über ihn. Dem wurde das 2015 auch relativ schnell zu doof. Und dann ist die AfD ja auch abgebogen. Und ja, aber lassen wir das für heute. Man muss ja nicht an jeder Mülltonne schnuppern. Deshalb zu einer ganz anderen Sache. Josef Maas kommt am 31.01.1931 in Hönnepel am Niederrhein, unweit der Grenze zu den Niederlanden, zur Welt. Hönnepel? Ist das ein Fluss? Hönnepel mit Elvi Ludwig am Schluss. Achso, ich dachte, der geht mit der Ennepel vielleicht zusammen. Nee. Nee, Hönnepel ist am Niederrhein. Kannst du die Grenze, kannst du das Ganze so grob verorten? Okay, sagt, sagt. Ich gehöre zu dem Schlag Menschen, wo ungefähr in Münster das Ruhrgebiet beginnt und so ungefähr bis Trier geht. Also insofern habe ich in den Niederrhein nichts am Hut. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung davon. Stell dir das Ganze westlich von diesem Konglomerat vor in Richtung Niederlanden. Also wenn du das Ruhrgebiet nach Westen verlässt, dann kommst du zum Niederrhein. Ich habe schon mal gesehen, dass es tatsächlich westlich vom Ruhrgebiet noch was gibt, was Deutschland ist und nicht schon gleich Benelux. Mönchengladbach ist, glaube ich, auch so eine Gegend, die da irgendwo rumeiert. Ja, genau. Bisschen nördlich davon sind wir mit unserer heutigen Geschichte. Und über die Kindheit von Josef Maas und die Jugend, da wissen wir wenig und da können wir auch drüber hinweggehen. Er wird, wie sein Vater, Landwirt und zwar richtig, also konventioneller Landwirt, intensive Tierhaltung, Schweinemast und wie das am Niederrhein nahezu in der DDR, in der DNA verankert ist. Katholik, Mitglied der CDU. Und in den 60er Jahren, wo unsere Geschichte beginnt, da hat die CDU da in dieser Gegend auch Wahlergebnisse. Da kann die CSU mitunter in Bayern oder die SED, deshalb habe ich da auch DDR gesagt, weil hier noch SED steht, das sind Wahlergebnisse von denen konnten die teilweise nur träumen. Also eine sehr konservative, erdverbundene, katholische Gegend. Und Maas ist Katholik bis in die Zehenspitzen und ist auch im Kirchenvorstand. Das ist ein Gremium aus dem Pfarrer und aus von der Gemeinde gewählten Bürgern. Und die verwalten das Vermögen der Gemeinde zum Beispiel. Zum Beispiel. Und legen so Entscheidungen fest, wie halt die Gemeinde Arbeit zu laufen hat. Ja, genau. Das ist sozusagen deren Verwaltungsorganisation. Und er bringt sich da ein, er engagiert sich. Und dieses Vermögen, die katholische Kirche hat natürlich Vermögen, gerade auch in diesen Gegenden. Und in diesen Gegenden hat sie das Vermögen in erster Linie in Form von Land. Und dieses Land, was der im Kirchenbesitz ist, das wird dann zum Beispiel zur landwirtschaftlichen Nutzung an die Bauern in der Gemeinde verpachtet. Deshalb sind auch alle katholisch. Ja, und eines Morgens wacht Bauer Maas auf und hat ein Problem. Okay. Plötzlich alle evangelisch geworden. Nee, keine Ahnung. Nee, das wäre jetzt auch ein Longshot gewesen. Nein, sein Acker wurde als Standort für ein Kernkraftwerk ausgemacht. Ah. Ja. Wie das so war in den 70ern in Deutschland. Ursprünglich sollte das Gebäude, das Bauwerk in der Nähe von Eschweiler bei Aachen entstehen. Aber aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte und der Nähe zu Großstädten rechnete man dort mit mehr Widerstand der Bewohner, sodass die katholische und vermeintlich autoritätskonformere Gegend am Niederrhein ausgesucht wurde. Okay. Also es waren so zwei Faktoren. Einmal dünn besiedelt, dann schön an der Grenze. Ja, dann kommt die ganze Suppe nicht bei uns runter. Und ja, man hat sich da halt gedacht, die Leute machen das mit. Die sind autoritätsgläubig, die sind konservativ. Glauben an den Fortschritt, heißt es. Die glauben vor allen Dingen an Autoritäten. Wenn die von oben was sagen, das ist was Gutes, dann wird dem vertraut und dann wird dem stattgegeben. Klar. Und es sollte nicht irgendeine Atomkraft gebaut werden, sondern ein ganz besonderes, ein ganz innovatives. Und die einige von euch haben es vielleicht gehört. Kommt jetzt das mit dem, was so klingt wie so ein Eierhaufen? Ja, genau. Ach, das ist dann, ich kenne nur den schnellen Brüter in Kalkar. Ist das Kalkar? Ja, so. Dann kann ich jetzt die zwei Seiten aus dem Sekt weg tun. Nein, weil du hast es, du hast ihn erkannt. Ich habe es auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen eierig eingeleitet. Vielleicht bist du deshalb auf den schnellen Brüter gekommen. Genau. Und ähnlich wie in der Godzilla-Folge, die Leute, die das gehört haben, wissen, wie gut ich ungefähr mit Kernkraft bin, um das zu erklären. Und ja, was glaubst du denn, was ein Kernreaktor zu einem schnellen Brüter macht? Das ist eine gute Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, was macht denn überhaupt so ein Kernkraftwerk? Da wird Energie aufgewandt, um Atomkerne zu spalten. Und zwar so Uran wahrscheinlich. Sonst würde man das ja nicht brauchen. Ja. Und da entsteht wahnsinnig viel Energie bei, die man teilweise auffängt und teilweise halt nicht. Und deswegen muss es so stark gekühlt werden. Deswegen ist es auch immer irgendwie an so einem Wasserzeug. Meistens an einem dicken Fluss. So. Ja, und was brütet? Also, brüten heißt ja immer, dass da irgendwas warm sein soll oder warm gemacht wird. Und wahrscheinlich ... Dass da was entsteht. Nö, keine Ahnung, was das schneller macht. Genau, da entsteht nämlich was. Das sind nämlich nicht nur Uran, sondern auch Plutonium und Uran. Und bei dieser Kernreaktion in diesem Brutreaktor ist es so, dass noch weiteres brennbares Material entsteht. Das heißt, er ist viel wirtschaftlicher. Ja, man braucht viel, viel weniger Uran. Okay. Und Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt Uran. Das war allerdings in der DDR im Boden und nicht in der Bundesrepublik. So war halt einmal die Idee für den steigenden Energiebedarf und trotz mangelnder Uran-Ressource halt sowas zu bauen, was einen guten Output hat und einen niedrigeren Verbrauch. Und ich denke auch mal, und das wurde da auch immer diskutiert, auch gerade von den Kritikern an diesem Projekt, dass das auch so ein Prototyp wurde, um die Technologie dann exportieren zu können. In andere Länder mit vielleicht nicht so viel Uran. Aber was heißt, also es wurde, während des Spaltungsprozesses, konnten einfach andere Materialien verwendet werden? Oder was war da der Sitz? Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dadurch, dass Plutonium und Uran da zusammenspielen, entsteht dabei noch weiteres brennbares Material. Was man auch weiter verhacken kann. Was man dann auch wieder weiter verhacken kann. Genau. Man konnte mit weniger Einsatz über einen längeren Zeitraum mehr Energie gewinnen. Bei denen hackt's wohl. Und ja, an sowas zu bauen, daran hatte die deutsche Energiewirtschaft und auch die deutsche Politik hatten daran großes Interesse. Weil im Ruhrgebiet die Steinkohle auszubuddeln, das wurde nämlich halt auch immer teurer und unwirtschaftlicher. Und Energie- oder Rohstoffimporte, es kosten natürlich auch viel Geld. Ja, Annie Houselby. Du hattest ja schon gesagt, der, ich muss hier ein paar Sachen überspringen, das ist der Schnelle Brüter und der im Volksmund wurde dann genannt der Schnelle Brüter von Kalkar. Weil Kalkar ist die Gemeinde, zu der das Dorf Hönnepil gehört. Okay. Und bei den ersten öffentlichen Veranstaltungen, da macht die Betreibergesellschaft, stellt da so ein Informationszentrum hin und da merkt man schon so auf Seiten der Atomlobby, oh, so ein Walk in the Park, so ein Selbstläufer wird das nicht. Weil Herr Maas dann irgendwie seine Traktoren vorgefahren hat oder was? Ja, nämlich der Kirchenvorstand der Gemeinde Hönnepil erklärt sich nicht einverstanden mit dem Verkauf des Gebiets. Ja. Ja, in der schönen Doku, die meine Hauptquelle war und die wir auch in unserer YouTube-Playlist Geschichte ungenügend, einfach bei YouTube nach Geschichte ungenügend suchen, die haben wir da auch drin. Es ist eine WDR-Doku, kein Atom in NRW, der Kampf um Kalkar. Und da wird diese Ablehnung der Atomkraft mit dem Katholizismus der Leute begründet. Ja, erklär mal. Weil das war schon immer so, das ging auch ohne und wir vertrauen auf den lieben Gott, das wird es schon werden. Also letztendlich... Keine Ahnung. Ich denke, das war einfach so eine Umschreibung für, dass die Leute schlicht und ergreifend überhaupt keinen Bock auf so ein Ding in ihrem Vorgarten hatten. Aber, das wirst du wahrscheinlich noch sagen, aber das war dann schon aus Angst, man weiß nicht, was das für ein Zeug ist und wo das herkommt und was da passiert. Neumodischen Krams. Ja, so in die Richtung ging es. Die Gefahren des Ganzen, die Unsicherheit und dann, wieso kommt das dann dahin? Ja, und Baumann staunt daher nicht schlecht, dass das Bistum Münster, die übergeordnete kirchliche Instanz, setzt mir nichts, dir nichts, den Kirchenvorstand ab. Ach. Es werden irgendwelche Yes-Men eingesetzt und das Land wird an die Betreibergesellschaft verkauft. Das geht so einfach, so, so. Das habt ihr nicht weit her, mit der Demokratie in der katholischen Kirche. Vermag ich nicht zu beurteilen, als Nicht-Katholik. Ja, 1972 wird der Grundstein am Rhein gelegt für den jetzt auf, die Kosten wurden jetzt beziffert auf 1,7 Milliarden D-Mark. Drei Jahre zuvor, als die Pläne vorgelegt wurden, wurden die Kosten noch mit 500 Millionen D-Mark beziffert. Das ist wie so ein großes deutsches Infrastrukturprojekt halt immer läuft. Einer denkt sich eine Zahl aus und... Der Nächste verdreifacht sie und dann hängen wir noch null hinten dran und dann kommt es ungefähr hin. Ja, genau. Und Bauer Maas ist maßlos enttäuscht. Ich wusste, dass es irgendwann mal kommt. Maßlos enttäuscht von der Kirche und spricht in einem WDR-Interview aus dem Jahr 1973 darüber, dass es dem, Zitat, Generalvikariat nur um Geld gehe. Ich glaube, er meint das Generalvikariat, aber bei der katholischen Kirche kann man sich da vielleicht nicht so sicher sein. Stille. Ja, gut, dann nicht. Ich hatte noch ein paar Dummts dahinter geschrieben. Die mit dem Baubeauftragte KWU, die Kraftwerksunion, so heißt die Firma, und die ist wirklich sehr darum bemüht, jetzt die merken, es gibt Widerstand, die sind sehr darum bemüht, schön Wetter zu machen. Und die machen das mit, also Informationsveranstaltungen und den Leuten im Umkreis vom Kernkraftwerk, gerade den Betrieben, die es dann ergibt, werden bevorzugte Strompreise versprochen. Und die Kirche in Kalkar wird durch eine großzügige Spende von etwa einer Million Mark, die wird dann toll saniert. Aber ja, wie nicht alle Kalkarer lassen sich da so Honig ums Maul schmieren. Und unter anderem auch bei den Anwohnerinnen und Anwohnern in den benachbarten Niederlanden regt sich Protest. Ja. Also für alle Leute. Aber erst mal das Land von der Kirche, das reicht. Die mussten jetzt nicht irgendwen enteignen oder irgendwelche Leute aus ihrem Haus vertreiben, so wie beim Tagebau, wenn da irgendeine Kohle weggebaggert werden muss. Die haben einfach das Land gekriegt und konnten eigentlich theoretisch loslegen. Genau, so ein Kernkraftwerk ist ja auch unheimlich platzsparend. Stimmt. Du musst halt nicht irgendwie Tagebau oder Untertage was machen und irgendwie quadratkilometerweise bewohntes Land wegschreddern. Das hat es ja letzten Endes halt auch so attraktiv gemacht für die Landesherren oder diejenigen Leute. So krass, was? Klar. So wenig, verbrennt so wenig Ressourcen, es stößt nichts aus. Wo ist denn da der Haken? Und dann haben wir die auch damals von der Atomlobby Haken, ja, weiß ich nicht. Wir müssen halt mal gucken, wenn das ausgebrannt ist, wo wir das hin tun. Aber da finden wir schon was. Machen Sie mal keine Sorgen. So stelle ich mir das vor, ganz naiv. Und die Niederländer, wenn man sich das wirklich anguckt, das ist unheimlich nah an der Grenze zu den Niederlanden. Und da sind dann auch so ein paar, jetzt auch keine Großstädte, aber durchaus halt auch etwas größere Gemeinden. Und die, tatsächlich die erste Großdemonstration in Kalka 1974 ist hauptsächlich von Fahrrädern geprägt, weil die ganzen Niederländer da rüberrollen und keinen Bock auf das Ding haben. Und in den lokalen Widerstand, da gibt es erstmal nur relativ wenig Leute. Da kommen vielleicht mal so ein paar Leute aus dem, die vielleicht so ein bisschen so in Richtung Aktivisten gehen, aus dem Ruhrgebiet auch mal rüber und vor Ort ein paar Leute. Aber das geht erst, und mauermaßen natürlich, aber das geht erstmal relativ langsam. Ja, ich überlege gerade, wie das eigentlich in den 70er-Jahren so war, weil in den 80er-Jahren kennt man das ja, dann gab es so etwas wie eine linke Szene oder sowas, die halt gerade gegen diese ganzen Atomgeschichten viel demonstriert hat. Das ist ja in den 70er-Jahren, als die 68er-Bewegung quasi gerade am Auslaufen war, mehr oder weniger erst im Entstehen, habe ich so das Gefühl. Also hast du da einen Einblick, was das eigentlich für Leute waren, die da überhaupt demonstriert haben? Also war das dann wirklich nur die Leute vor Ort und die Holländer? Oder kommen da jetzt gleich noch irgendwelche, keine Ahnung, Hippies ums Eck? Das ist Wahnsinn, wie du immer meine nächsten beiden Absätze zu kennen scheinst. Erstmal die Leute vor Ort. Da gibt es halt ein paar Leute, die das so ganz gut finden, die da vielleicht was zu gewinnen haben. Die denken sich ja, das bringt Arbeitsplätze in die, wie heißt es so schön, strukturschwache Region. Und ja, so diese Spaltung zwischen Gegnerin und Befürworterin verläuft durch Sportvereine, durch die Gemeinde, durch Betriebe, durch Familien. Und die sorgt auch für, du hattest es jetzt angedeutet, für eher ungewöhnliche Allianzen. Was Bauer Maas zum Beispiel macht, also da gibt es halt so ein paar lokale Kids, die sagen sich ja hier, da machen wir mit, das geht so nicht. Und da müssen wir, wir müssen einen Umweltschutz machen. Und dann sind es aber halt auch wirklich schon eher so ein bisschen organisiertere Leute aus ganz Deutschland, die dann da auch mal vorbeikommen. Und die treffen sich alle auf Maaßens Hof. Er hat so einen ehemaligen Melkstall umgebaut, in so ein, ich glaube, das ist das Zentrum der Freundschaft oder wie sowas. Es ist halt so eine Begegnungsstätte und so ein alternatives Informationszentrum. Klingt so ein bisschen nach Wendland. Letzten Endes ist es wirklich, ich kenne mich mit so diesen anderen Gegenden, so aus diesem Kampf aus dieser Zeit, wie das Wendland, wo um das Atommüllendlager ja seit ewig und drei Jahrzehnten gestritten wird. Und gleich kommen wir auch noch, sage ich auch noch mal kurz was, zu Brockdorf. Und ja, das sind so die, das sind so bundesweite Bewegung, entsteht, ist gerade im Entstehen. Und die entzündet sich halt auch an solchen Ereignissen. Klar. Dabei sage ich gleich noch mal was dazu. Was die jetzt erstmal machen, die müssen jetzt erstmal unheimlich viel Aufklärungsarbeit leisten. Und was sie machen, ist, wenn so Busse, so irgendwelche Schulklassen oder Vereine oder sowas in diese Informationstrangung gekarrt werden, aus, was weiß ich, aus Goch, aus Kleve oder irgendwo aus der Region, die fangen die Busse ab und bringen die dann, hört euch auch mal an, was wir hier zu sagen haben. Erstmal schön, hier ins Atomkraftwerk rein. Das sind ja so die Baustelle. Nee, eben nicht. Also die vor der Baustelle werden die abgefangen und kriegen dann bei Bauer Maas mal die andere Seite der. Ach so, für die Leute, die jetzt tatsächlich die Baustelle angucken wollen. Genau, ja, die sind ja auch hingekarrt. Das war ja wirklich so ein, ich weiß nicht, ob die Betreibergesellschaft dann, da habe ich nicht weiter nachgeschertiert, ob die sich dann an die Schulen gewendet hat und gesagt hat, machen wir hier schon einen Wandertag bei uns. Das wird super. Ja, ich wollte mich gerade wundern, wie die Schulen zu so einer, sagen wir mal, regierungsgegnerischen Veranstaltung gehen würden. Das ist natürlich nicht das Richtige. Die gehen natürlich erstmal zu den offiziellen Stellen. Da ist von auszugehen. Naja, aber nach und nach wächst dann da was zusammen. Da hast du die lokalen Niederrheinkatholiken, die das da einfach nicht haben wollen. die Friedens- und Anti-AKW-Bewegung, die im Langsamen im Entstehen ist, aber eben auch sowas wie linke Szene, das gibt es dann später in den Jahren, wird dann berichten, die Leute auch, ja, dann sind dann halt auch die Punker rübergekommen, weil er hätte ja noch lustig werden können. ja, aber gerade an so einer Person wie Maas, die dann so erstmal als konservativer, katholischer Bauer sich dann in den Widerstand begibt und ich glaube, das ist so dieses Ding, wo es dann eben so, Bürger, lass das klotzend sein, komm herunter, reiht euch ein, wird, wenn es dann die Leute, wenn es den Leuten erstmal wirklich selber an den Arsch geht, dann überlegen sie sich das nochmal, ob sie dann nicht doch lieber mit der Protestbewegung mit wollen. Ja, das wollte ich ja gerade sagen, es hat ja relativ wenig mit deiner politischen Einstellung zu tun, ob du jetzt strahlengeschädigt sein willst oder nicht. Also, wenn du meinst, dass das eine Gefahr für deine Gesundheit ist, kannst du auch sehr gut als CDU-Mann sagen, nee, also das will ich ja nicht haben. Der GDL-Mann, der da gerade diese Bahnen immer bestreikt, der ist glaube ich auch CDU-Mitglied, der Herr Weselsky und macht einen auf Arbeiterführer, der er auch ist. Der hat einen, weil das ist sein Job. Ja, aber ich will damit sagen, er hat ein bestimmtes Interesse, was da rauszuholen für das, was er meint, seine Leute sind und ja, absolut. Und dann, genau, so mixt sich das dann halt. Ich kam deswegen auch aufs Wendland, weil das es ja genauso ist. Das sind ja auch eher konservative Bauern gewesen, die dann aber gesagt haben, also die Naturmüll wollen, weil sie es aber nicht unter unseren Äckern hier liegen haben. Ja, und genau, es werden halt immer mehr, immer mehr Leute und in dem Maße, wie sich der, wie der Widerstand in Zahlen wächst, verschärft sich auch der, der Ton auf beiden Seiten und kleinen Einspruch noch. Ja. Keine Einspruch, eine Frage. Die haben das, die haben 73, da waren auch immer da das Land gekriegt, Baugenehmigung geht los, die werden doch anfangen, da schon loszulegen. Genau, die bauen da. ihrem Bau. Das heißt, was macht denn die Gegenbewegung, außer zu sagen, das wollen wir aber nicht? Also gibt es da konkrete Maßen, versuchen die konkrete Verhinderungsmaßnahmen oder läuft das einfach seinen Gang, die bauen da halt und dann ist es halt fast fertig? Letzten Endes geht es, also niemand, ich glaube, wahrscheinlich gibt es bestimmt auch irgendwann bei diesen Demonstrationen, das sind ja dann auch, da gibt es ja nicht nur Einzelne, dass da irgendwie auch mal am Zaun gerüttelt wird, aber letzten Endes geht es halt darum, zu sagen, wir sind hier eine breite Bewegung, wir wollen nicht, dass das Ding ans Netz geht. Und dann ging es halt erstmal nicht mehr darum, wir wollen gar nicht, dass nicht, dass das Ding gebaut wird, sondern wenn das erstmal fertig ist, dann muss ja auch noch der Brennstoff dahin und so weiter. Die haben also nicht gedacht, dass da das letzte Wort, mit der Grundsteinlegung war nicht das letzte Wort gesprochen. Darum sind die erstmal ausgegangen. Okay. Und dann gibt es auch erst, erst Ende der 70er gibt es dann so die erste richtige Großdemonstration und es werden in Kalkar bis zu 100.000 Menschen erwartet und aus den vorherigen Erfahrungen beim, das ging glaube ich um den Bau des Kernkraftwerks in Brockdorf, in Schleswig-Holstein und da ist es halt zu schwersten Ausschreitungen gekommen, also da haben die die Demonstrierenden, die die Polizei dann da wegscheuchen wollte, denen eine, glaube ich, a run for their money gegeben, wie man da glaube ich sagte und das wollte halt man jetzt in Nordrhein-Westfalen unbedingt vermeiden und es kommt in dieser Doku ganz schön rüber, wie so die Polizeistrategie funktioniert hat, nämlich es wurden weiträumig, sehr weiträumig schon Straßen gesperrt, Busse rausgewunken, Leute kontrolliert, einfach um den den Zufluss an Menschen zu verlangsamen und sozusagen dafür zu sorgen, dass nicht alle gleichzeitig dann da sind, sondern dass die Leute erstmal langsam langsam reinkommen. Also taktisches Konzept, wenn du einen Gegner hast, der erst in seiner riesengroßen Masse auf einen Haufen organisiert ist und auch dann erst seine Stärke entwickeln kann, dann ist das natürlich taktisch das Beste, was du machen kannst. Sie erstmal zerstreuen, ja, wenn man das will, lässt sich das von Polizeiseite aus gut machen wahrscheinlich. Ja, und die Arbeiten der Journalisten vom WDR, die wird behindert, die werden dann an Checkpoints auch einfach festgehalten, aber dennoch kommen bis zu 40.000 Menschen nach Kalkar und protestieren friedlich mitten auf dem Marktplatz, auch unser unser Bauer Maas und du sagst es ja, was macht denn die noch und Bauer Maas hat prozessiert dagegen, was genau jetzt in der Klageschrift denn dann steht, aus welchen Gründen, habe ich nicht weiter jetzt recherchiert, aber es ging halt wirklich eher so darum, dass die, man wollte halt nachweisen, das stellt irgendwie ein unkalkulierbares Risiko dar. Ja, schlüssig. Und das hat sich halt unheimlich in die Länge gezogen und sie haben auch dann Gutachter aus den USA organisiert und das hat auch Maas halt psychisch und finanziell also ganz schön, hat ihm ganz schön die Kräfte geraubt. Hat das denn dann das herausgezögert, die Annetzgehung oder wie da der offizielle Begriff für ist? Oder lief das so parallel und dann sollte versucht werden, mal sehen, was dabei rauskommt? Zu dem Zeitpunkt wurde das Ding immer noch weiter gebaut. Ich weiß nicht genau, ob Gerichtsprozesse zu der Bauverlangsamung dazu beigetragen hat, aber fertiggestellt wird es erst 1985. Aber das hat noch mehrere Gründe, komme ich gleich nochmal zu. Und um Bauermas Kriegskasse so ein bisschen aufzupäppeln, hat sich die Bürgerinitiative, und da kommen wir auch zur popkulturellen Verarbeitung des Ganzen, hat sich die Bürgerinitiative, hat sich Protestbands, eher bitte. Ja, nee, ich kann da nichts Konkretes zu beitragen, außer dass ich das Gefühl habe, irgendwie mal davon gehört zu haben, dass es da so Rock gegen, ja, Rock gegen Rechts ist es ja nicht, aber so Rock gegen Atom sowas gegeben hat, wo sich halt sowas, erzähl mal erstmal weiter. Ja, das ist nämlich genau das. Es erscheint eine Sampler-LP, Bauer Mars, Lieder gegen Atomkraft. Jetzt muss ich raten, wer dabei war. Kannst du gerne machen. Ich mach's hier auf dem parallelen Bildschirm auf. Das wäre jetzt, wenn du da einen kennst, gewinnst du eine Antenne für DVB-T. Ach, das ist jetzt also doch nicht sowas Großbekanntes. Ich hätte jetzt gedacht, dass dann da irgendwie Babb auftaucht oder sowas. Nee, so groß war ein Babb damals. Na, Quatsch. Nee, so, da hast du eher so, ich würde sagen so, das sieht mir eher halt so nach so Polit- und Protest-Song aus, was ja in Deutschland Hannes Wader ja so in die Richtung, der war es dann schon nicht mehr. Und ich gucke nochmal. Der Mann mit dem Hut, jetzt ist ja ausgerechnet die Trackliste nicht dabei. Naja, aber mit dabei sind definitiv aus Österreich die Schmetterlinge mit ihrem Lied. Das haben wir natürlich auch in unserer Spotify-Playlist unter dem Titel Geschmack ungenügend und in unserer YouTube-Music-Playlist für die zwei, drei User, die das benutzen. Heißt es Geschichte ungenügend, da haben wir die Schmetterlinge mit Hände über Hönneppel. Warte mal, die Schmetterlinge haben die nicht? Nee, ich habe immer so Assoziationen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Hände über Hänneppel. Hände über Hönneppel. Hönneppel, ich kann mir diese ganzen, das ist nicht meine Mundart, da bin ich einfach nicht gut. Hänneppel, ja. Gut, dann, dann nicht, ja, wir packen es auf jeden Fall rein, es ist echt ganz schöner, ganz schöner Protestsong, der die Geschichte auch einfach nochmal so wiedergibt, wie eben dann, wie die Kirche sozusagen das Land unter den Füßen wegzieht. Es sind ja doch die Schmetterlinge, die haben nämlich die großartige, die großartige Poletenpassion gemacht. Da drifte ich jetzt ein bisschen ab, die Poletenpassion ist tatsächlich so ein Versuch, glaube ich, so ein bisschen sowas wie das Kapital, wie will man sagen, wie eine, ja, Musical kann man das ja nicht ganz nennen, Version irgendwie aufzubringen, also das Leiden des Proletariats über die Jahrhunderte hinweg zu featuren. Das ist ein ganz bemerkenswertes Machwerk, diese Poletenpassion und daher kannte ich den Namen nämlich doch. Cool, muss ich reinhören, packen wir auch mal in die Playlist für alle, für alle Interessierten. Ja, musikalisch grenzwertig. Ja, kommt der Unfall im Atomkraftwerk in Harrisburg, den Interessen der Atomlobby nicht so entgegen, denn da sieht man jetzt halt zum ersten Mal bei einem großen Unfall die zerstörerische Wirkung und auch wirklich die manifeste Bedrohung für die Menschen in der Nähe eines solchen Kernkraftwerks und ja, wenn immer so ein Unfall passiert, dann werden halt mehr Leute darauf aufmerksam und ja, die Leute müssen halt erstmal irgendwie die Hand auf die Herdplatte legen, um festzustellen, dass das dann heiß ist. Und dieser, du hattest das auch nochmal gefragt, wie organisiert sind die Leute? So langsam formiert sich auch dieser Widerstand aus vielen lokalen Friedensbewegungslisten, Anti-Atomkraftlisten, Bürgerinitiativen, aber auch eben so naturbewegte Konservativen, die sagen, das kann man jetzt mit unserem schönen Land nicht machen und teilweise sind es Leute frustriert aus der Sozialdemokratie, die halt scheinbar Industrieinteressen mitträgt und diese ganzen Gruppen finden dann spätestens 1980 zusammen bei der Gründung der Grünen als Bundespartei. Denen tritt auch dann der stramme CDU-Mann Maas meines Wissens auch irgendwann bei und das ist schon, die Grünen, die Grünen kannst du halt ohne Anti-Atom gar nicht so denken und ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die dadurch, dass die eben so die unterschiedlichen Beweggründe gegen den Atom zu sein, dass die bis heute ja auch so Strömungen in den Grünen widerspiegeln. Auf jeden Fall. Das stimmt schon, da kommen die schon her. Ich dachte immer auch eher, das ist so eine Friedensbewegungsgeschichte, aber das ist glaube ich eher so meine persönliche Heimat gewesen. Tatsächlich sind die Grünen, ja jetzt sind die eine Umweltpartei genannt, aber das war ja genau das Thema. Die große Umwelt gab es, es gab Waldsterben in den 80ern, aber Atom war das beherrschende Thema, jenseits vom Kalten Krieg in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Pass auf, ich habe einen Hot Take. Wenn bei dir in der Gegend eine Pershing stationiert war, dann warst du friedensbewegt und wolltest keine Kernwaffen und wenn bei dir im Hinterhof irgendwie sie ein Atomkraftwerk bauen wollten, dann warst du Anti-Atom aus ökologischen Gründen. Ja, genau. Jedenfalls haben die dann zusammengefunden und 1985 ist dann auch der schnelle Brüter fertig und es fehlt eigentlich jetzt echt nur noch so der Stempel, die Betriebserlaubnis, dann kommen die Brennstäbe rein und dann geht's los. Zu dem Zeitpunkt ist die nordrhein-westfälische Landesregierung unter SPD-Mann Johannes Rau, der ja wirklich einfach, ich wusste gar nicht, dass man dann einen anderen Ministerpräsidenten haben kann, also der ist ja glaube ich 78 gewählt worden und war einfach so mein ganzes Leben lang Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und der war im Gegensatz zur Bundes-SPD nicht ganz so begeistert von dem Ding haben die da rein und außerdem ist ihnen das ein Dorn im Auge, weil die Anlage pro Jahr 100 Millionen Mark irgendwie auffrisst und ja, also das formiert sich da auch in der Regierung auch schon, also da wird so in Nordrhein-Westfalen wird schon auch ein bisschen hin und her überlegt und ebenfalls fertig 1985 ist Bauer Maas. Der Brüter ist fertig, der Kampf scheint verloren und die jahrelangen Prozesse haben ihn finanziell und wahrscheinlich auch psychisch ausgelaugt und er gibt seinen Hof in Hörnipel auf, er will nicht neben dem Ding leben müssen und arbeiten und die Familie zieht nach Nordostwestfalen. Okay, wahrscheinlich für ihn so ungefähr genauso weit weg wie Australien. Ja, wobei tatsächlich dann in der Doku berichtet dann so seine Tochter, dass sie dann an eine neue Schule kommt und der Lehrer irgendwie so sagt, ja, ich hab dich da gesehen hier mit der Demonstration und so weiter, das finde ich ja ganz toll. Also die finden da auch irgendwie tatsächlich auch dann Anschluss und Leute, die sich ihnen solidarisch gegenüber erklären. und nicht irgendwie so als Brunnenvergifter in ihrer Gemeinde oder sowas. Ja, und was passiert dann? Dann läuft das Ding für eineinhalb Jahre und dann sagt die Regierung, wir haben keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dann explodiert erst mal Tschernobyl. Ach, ja. Hätte ich drauf kommen können. Ja, stimmt. Ja, 1986 im April. Ich erinnere das ganz gut, weil ich da war, ich war eigentlich acht, aber ich weiß, dass da, da war Rhein in Flammen, ein riesengroßes Feuerwerk in Bonn am Rhein und ich war da mit meinem Vater und ich erinnere das als erstes, dass ich irgendwie, dass wir dann nach Hause fuhren und mein Vater so ein bisschen aufgeregt war und dann hieß es ja jetzt hier nochmal, weil es hat auch übelst geregnet dann. Ich weiß nicht, ob das dann schon wirklich da die Regenwolken waren, aber auf jeden Fall musste ich mich da nochmal fast nachts unter die Dusche stellen und ja, dann gab es irgendwie jahrelang keine Pfifferlinge. Ja, ja, genau. Ich kenne das auch aus der Zeit. Wir waren in einem Schwedenurlaub in dem Jahr und da war auch völlig klar, man darf jetzt nichts mehr essen, weil die Wolke zog ja so auch nach den Orden da so raus. Schweden war ja schon stärker betroffen und dann gab es keine Heidelbeeren mehr, die man vom Wald nehmen konnte und überhaupt war sowieso wieder alles der Beweis dafür, dass das alles nicht so richtig gut läuft. Und ja, 1991 wird dann Entmustern Bundesforschungsminister Riesenhuber Der mit der Fliege. Der mit der Fliege, genau. Das sitzt auch, glaube ich, jetzt noch im Bundestag. Bin mir aber nicht 100% sicher. Der jedenfalls muss dann und der sieht dann auch so ein bisschen ein bisschen zerknirscht aus, als er das dann verkünden muss. Aber auf jeden Fall so die Verantwortung für das Nicht-ans-Netz-Gehen und für das Einstellen dieses Projektes wird dann wird dann definitiv die nordrhein-westfälische Landesregierung verantwortlich gemacht. Der ist jetzt nie ans Netz gegangen? Nee. Das heißt, der ist von 1973 losgelegt worden zu bauen, war dann irgendwie Mitte, Ende der 80er fertig. Dann durfte er nicht ans Netz wegen Tschernobyl oder wegen oder Tschernobyl oder wegen Das hat sich dann ja, man hat sich dann auch entschieden, dass wir jetzt vielleicht doch keine großen neuen Kernkraftwerke haben und vielleicht nicht so eine neue ausgerechnet noch so eine neue Reaktortechnologie. Es gibt auch gar nicht so viele schnelle Brüder. Jetzt sind, glaube ich, noch in Russland zwei am Netz. Frankreich nicht auch so was? Hatten sie, aber da bin ich mir nicht 100% sicher, aber meines Wissens läuft da keiner mehr. Ja, Bauer Maas reist 1991 zur Siegesfeier nach Kalkar. Er lebt wahrscheinlich dann ein bisschen entspannter und verstirbt im Jahr 2008 und ist in seinem geliebten Hönnepel begraben, wo aber jetzt halt dieses Ding steht. Ja. Eine der teuersten Investitionsruinen der bundesrepublikanischen Geschichte. Ja. Großes, ambitioniertes Infrastruktur- und Zukunftsprojekt. Ja. Habe ich noch eine Frage zu, wer hat denn das eigentlich gebaut? Weil die Kernkraftwerke sind doch im Besitz immer von irgendwelchen Energieunternehmen oder ist das staatliche Geschichten? Ich, das war die Baugesellschaft, das war die KWU, genau. Und wie sich letzten Endes die Finanzierung zusammensetzt, habe ich nicht 100% drauf, aber das ist ja natürlich, weil der Staat ja auch damals ja noch mehr besessen hat, ist das auch ein staatliches Projekt und die Niederlande sind auch zu 30% beteiligt. Ah, okay. Und wem gehört das jetzt? Weißt du das? Ja. Jetzt gehört das Oh, Moment. Habe ich das hier nicht rübergepastet? Doch. Jetzt gehört das Henni van der Most. Okay. Du hast gefragt, Wim's gehört. Ich habe dir gesagt, Wim's gehört. Henni van der Most ist ein niederländischer Unternehmer und Henni van der Most hat sich eine Nische zum Geldverdienen ausgesucht und die ist, alte Industriegebiete und Gewerbeanlagen, die irgendwie avariert sind, in Schieflage geraten sind, spottbillig einzukaufen und die Nutzung umzuwandeln. Jetzt sind da Hühner drin und Brüten. Er hat für das Ding viereinhalb Millionen Mark bezahlt. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel. An den ganzen Geldern, die da bisher reingeflossen sind, ja. Schnapper. Und ja, das Ganze, er macht daraus einen Vergnügungspark, der zuerst das Kernwasser Wunderland genannt wird und später jetzt nur noch das Wunderland Kalkar. Habe ich noch nie von gehört. Hast du dich da mal hinbegeben? Ich war vor drei Jahren da. In meiner Jugend war das ja noch nicht fertig. Der hat das 1995 gekauft und dann war ein Ende der 90er wohl aufgemacht und ich war jetzt gerade 2018 oder 2019 waren wir da. Und das ist so ein klassischer Vergnügungspark mit Wildwasserbahn und Würfel, weiß ich nicht. nicht ganz. Es ist, ich würde sagen, so ein Vergnügungspark aus der zweiten Reihe. Also jetzt keine super innovativen Fahrgeschäfte, keine Wildwasserbahn, wie du sagtest, sondern halt eher so sehr stark familienorientiert, viele Sachen für kleinere, auch mehr Spielplätze und das Ganze sehr auf Familien, ja genau, sehr auf Familien, also große Kletterwände und auf Familien getrimmt kostet auch relativ wenig eintritt und du hast noch so eine Wasser, Softdrink, Kaffee, Pommes, Soft-Eis, Flatrate. Klar. Und das befindet sich alles unter dem großen Dach dieses Brüters. Im Kühlturm, nein, das ist draußen und in das Teile des Gebäudes, also die Verwaltungsgebäude, das ist jetzt so ein Kongresszentrum und Hotel und der Kühlturm ist in dem Kühlturm ein Kettenkarussell, das dann so hoch fährt aus dem Kühlturm raus. Das ist schon ganz abgefahren. Und dann fliegst du da oben und über den Rhein und dann geht es wieder rein in den Kühlturm und der Kühlturm außen ist halt eine riesen Kletterwand auch. Ah, okay. Ja, kann man machen. Kann man auf jeden Fall mal machen und ja, sowieso ist es, finde ich, auch eine schöne Ecke da am Niederrhein, aber mich hat das einfach, also vor allen Dingen ist es halt faszinierend, du hast da halt noch so Teile, die Turbine und sowas. Besichtigung geht jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Ach ne, genau, das wird gerade doch ausgeschlachtet, weil mittlerweile die verbauten Rohstoffe, also Eisen und was nicht alles, sind halt mittlerweile so viel wert, dass sich das doch lohnt, das da rauszuklauben. Damals war halt der Abriss viel zu teuer, sodass sie es dann halt an diesen Niederländern mit seinem verrückten Plan da verkloppt haben. Und ich glaube, es hat sich für die Gemeinde und für die Kalkare total gelohnt, dass da jetzt eher halt irgendwie Kinderlachen zu hören ist. Ja. Ja. Besser als in Frankreich, wo sie einfach großes Kinderlachen an die Atomkraftwerke ranmalen. Wenn du da irgendwie diese Rhone oder was das ist, wo die ganzen Dinger stehen runterfährst, hast du da so riesige Bilder von irgendwelchen lachenden Kindern an den Atomkraftwerken ranmalen. Das macht schlechte Laune. Ja. Die AfD hatte weniger Glück. Die hatten wir ja nochmal. Ne, die haben nämlich im November 2020 ihren Bundesparteitag im Wunderland Kalkar abgehalten. Und da musste ich mir die Funktionäre so irgendwie auf der Raupe und dann doch im Autoscooter vorstellen, wie sie sich da gegenseitig wegdotzen in den Pausen. Sehr schön. Ja, und das war der schnelle Brüter von Kalkar. Ja, hat sich ausgebrütet. Das war was, was ich in meiner Kindheit voll oft gehört habe, immer in den Nachrichten. Ja. Ich fand das immer irgendwie possierlich, wusste aber nie so genau, was das war, bis ich dann halt mal selber im Kühlturm stand. Ja, sehr gut. Ja, das ist alles ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das ist ja mal Fernsehnachrichten für mich. Ich meine, für dich ist es ja noch ein bisschen näher dran gewesen, einfach da, wo du aufgewachsen bist. Also näher dran. So, weiteres im Sinne. Aber diese ganze Anti-Atom-Bewegung war natürlich ein großes Ding. In meiner Jugend der 80er Jahre hat man immer mitgekriegt, dass es ein Riesenstreit ist und für mich war das sowieso immer klar, dass das natürlich irgendwie böses Zeug ist, weil so geht es ja noch nicht irgendwie und die armen Menschen am besonders gehen. Ja. Ist halt alles ein bisschen hinfällig inzwischen. Ja. Wann ist der offizielle Ausstieg? Oh, habe ich nicht mehr hier. 32 oder irgendwie sowas haben die da mal beschlossen? Ja, irgendwie ist noch nach Fukushima. Ist noch ein bisschen, ja, ist noch ein bisschen, du sagst noch Fukushima. Das sind halt immer wieder, es muss halt immer erstmal irgendwas passieren. Ja. So, außer beim Klimawandel. Da ist egal, was passiert. Das kann immer schlimmer werden. Aber vielleicht braucht die, hier wird es vielleicht nochmal hinten raus, selbstgerechter, von zwei Middle-Aged-Men, selbstgerechter Tipp an Fridays for Future, sucht euch einen Bauer Mars. Es gibt ja, ey, kannst mir, ich glaube, du kriegst jetzt hunderttausende Landwirte in Deutschland, oder tausende Landwirte in Deutschland zusammen, die sagen, Klimawandel, vielleicht doch nicht so geil, gerade mit meiner Monokultur hier. Garantiert. Wird es auch viele schon geben, bin ich sicher. Hoffe ich mal sehr. Und ja, dann sehen wir die beim Klimastreik am 24.9. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, wenn ich das andere Skript, was hier neben mir mit dir durchkaue. Sehr gut. Und mal schauen, wann das passieren wird. Ich danke mich für die Aufmerksamkeit. Alles klar, dann machen wir jetzt mehr Stopp. Tschüss. Grüßet schön. und ich sage es um, das ist aber auch ein Jahrhundert,